Das gibt es auch nicht mit dem Klima, aber nicht. Oder ist die Temperatur? Falls ihr euch wundert, warum das so ein bisschen leicht vernebelt ist, weil es so kalt ist, ist es so beschlagen bzw. befroren, dass es so nicht mal richtig weg geht von der Klimaanlage. Aber das macht nichts. Minus 21 Grad. Minus 21 Grad. Das ist ein Todesemperator, wenn du hier liegen bleibst und dir keine hilft. Herr Marco hat ein neues Wort. Todesemperaturen. Das ist ein Todesemperaturen, ein extremter Todesemperaturen. Das sind Wolkenflöten, Schneeschmutter. Das sind immer das gleiche sowieso, die beiden. Aber da haben wir natürlich das Glück, dass sie so schön mit dem Licht aussehen. Weil du vielleicht besser. Vielleicht ist es auch schön. Auch da warten. Haut euch noch uns entgegen. Großes Monster auf. Jungpapi auch. Das Gegner wird auch in deiner Beine nicht mehr geben. Ja.